es ist im kanal heute mit h pro 37 aka x2 will high-po wir machen heute paar 101s in spielwiese wir werden auch nachher noch hier die taschenbrücke ausprobieren also ich kann euch sagen, dieses item ist sehr legendär, wenn man das an der ähm Farbe erkennt und wir sagen das 101 beginnt ab 45 20 und tschüss die werden beide runtergefallen und Leute wie ihr hört, das waren wir wirklich auch grad und wo die mir ist die Ja, wenn die Scheißen alle krass haben. Ah, macht man ja. Was? So Leute, das war das erste One-A-One. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber wir haben halt ein bisschen reingekisst, würde ich behaupten. Ihr habt doch gesehen, dass ich alles in Lippe gezeigt habe und so, das Taschenbrot werden wir ausprobieren, wenn das One-A-One zu Ende ist. Und ja, ich mache jetzt einen kleinen Cut, bis das One-A-One beginnt und bis gleich. So Leute, wir sind wieder da. Wir starten das One-A-One bei einer Minute in fünf Sekunden. Spannung! Nein! Nein! Woop, Digga, wie ich gerade gelegt habe. Ja, ja, was soll ich machen, Jungs, erwarten zu, kaputt, mein Arme hat zu tickt. Oh, bau mal runter. Ja, Leute, wir gehen uns gleich wieder, wenn wir beide bereit sind. Und... Es geht jetzt weiter, oder nein, es geht jetzt noch nicht weiter. Wir sind gerade noch nie. Ähm, es geht jetzt los bei 38 und 10 Sekunden. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Wie ein Ghostwimmer. Dude! WHAAAT? Es geht die 2. bei 25, selbst beginnt die Steps 101 für heute, dann machen wir euch noch das mit der Taschung, so und er beginnt einfach. Ja Leute, das ist wirklich nicht so schlimm, dass mir der Lagerknoll. Digga, er sagt, guck mal Jungs, er sagt immer zu mir, dass ich mich so richtig krass baue, aber sonst könnt euch was da machen. Da ist 25, jetzt wird schon. Da wird nichts vertreten. Ich würde auf dem Fall mitfallen. Was ist das? Das war's für heute. Nein, 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 nein Ja Leute, das ist jetzt das letzte 101, das Taschenburg 101 und die Regeln gehen so. Man wirft die Taschenruhe und dann gehts 101 direkt los. Man darf nichts bauen, man darf sich auch nicht den Gegner bauen. Man darf nur von der Taschenburg aus auf den Gegner snipen, mit der Punch, mit der AR. Und wir haben beide zwei Mini-Turnieren dabei. Ich wird gerade hier wieder durch die Regel und auf 3 gehts los. 3, 2, 1, Go. Wir machen jetzt schon ein paar Wunderwärmer die uns und 3, 2, 1, 1, 2, 3 und 3. Huuuuuuuh! Ich bin jetzt auf dem Weg. 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 Sonst weiter. Warten wir jetzt. Wir sehen uns in... Ja, also wir sehen uns gleich wieder. Ich muss jetzt hier für mich suchen und dann wir zwei Zeit. Äh, Leute, ich bin jetzt zwei Zeit. So, was ist das? Zwei Zeitpunkt. Zwei. Nein. Man darf nur die Sachen von der Hochschule bearbeiten, aber mehr darf man nicht. Ja. Ja, okay, darf man nicht. Ich brauche das jetzt direkt los. Ich brauche das jetzt direkt los. Hatsch mal. Ah, ziemlich still. Oh, nice ever. Ich brauche das jetzt. Ich brauche das jetzt. Zeig dich mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Leute, jetzt geht es eins zu eins, da ist die 101 insiders, das war sehr knapp, ich bin fast gestorben, so muss ich nicht stoppen. Ich bin jetzt ein bisschen aufgerissen. Ich bin jetzt ein bisschen aufgerissen. Leute, ich darf es mitsehen, wie die Leute uns euch gefallen hat. Ja, okay Jungs, komm, eine Runde machen wir noch, weißt du, dass wir es kommen, nachgedacht. Egal Jungs, das zählt nicht, der hat Spaß, der hat sich da hochgebaut. Deswegen baut ich mal ab, noch mal nicht in einem Kreis wieder mit, das wird ohne Spaß. Und die Treppe vor, die aufgedacht, warum brauchst du so viel? Ja, ich bin so tot, wie die Waffen sparen. Ich glaub ich, nun, das geht direkt los. So, ich war mit dem Video. Ah, oh, ich werde nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich glaub, ich werde gar nicht vergessen. Gebt einen Daumen hoch und tut bei, ähm, haupt das Kanal vorbei, ich werde den verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.